hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Wolfenstein Youngblatt wir sind dabei gegen Lothar zu kämpfen und ihn zu besiegen und Regime 2 aufzuhalten oder das zweite Regime aufzuhalten ich hab grad nur kurz einmal Waffen kontrollieren mal die Tür öffnen bin ja mal gespannt wie das läuft 200 Leben 200 Rüstung sehe schon gar nicht mal schlecht aus oh scheiße ich bin getroffen Schwester wenn wieder da muss Einsatzbereit du schaffst das du stehst in deiner Platzwichter du hast die Notarplastung du bist noch ein Platzwichter und die Drogen 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 oh man nicht aufzau wir müssen ihn von Himmel holen Ich bin so stark, so stark wie ein Gott. Ziel auf den Rucksack. Alter, zu viele Gegner noch drumherum. Ich kann mich nicht erledigen. Ich versuch ja so. Das ist gerade das. Ja, du. Ja, du. Ja, du. Ja, du. Jetzt bist du ein Rade wie ein Abgebot. Ja, du. Ja, du weißt du. Ich habe ein großes Problem hier. Das nennt sich... Ja. Scheiße. Ja. Scheiße. Scheiße. Ja. 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 Mich hat's erwischt! Hilf mir, Simon! Warum dauert das so lange so? Ich brauche Hilfe! Der Kackspächt ist weg! So, ich bin wieder da! Er fällt, Mann! Oh, ich bin der Einzige, der die Menschheit vor der Apokalexie gettet kann! Oh, oh. Oh, oh, oh! Geht's raus, Mann! Wir schaffen das, Jess! Es war meine Bestimmung! Hey, Hilf mir, ich brauche euch einfach zu sehen! Ja, ich bin noch dabei! Kannst du es nicht schaffen, Mann! Sollst du wissen, lass dich liebe Schwester herren! Geht's nicht noch, Jess! Lass dich nicht noch, ich weiß nicht! Nimm uns an den Kaufstieg stoppen! Stopp! Hilf mir meine Position! Sagst du, glaubst du schon, dass du die beste Schwester der Welt bist? Ja, gerade eben! Achtung! Er will auf unserer Stiltschung! Die Standart-Kreise-Legim-Stoffen! Ja, weiter! Er fordert Luftunterstützung an! Scheiße! Ich bin wieder im Geschäft! Dank für Nazis! Wie soll ich mich jetzt nachher? Das ist ein bisschen zufrieden! Scheiße! Ja, habe ich es nicht! Ja, habe ich es nicht! Hahaha! Ja, habe ich es nicht! Ja, habe ich es nicht! Ich könnte hier drüben Hilfe gebrauchen. Wieder am Satzchen, Baby. Los geht's. Okay. Alter. Ja, jetzt läuft. Du schaust da. Alter. Ja! Ich bin getroffen, Jess! Ich kann hier etwas Hilfe gebrauchen! Nichts! Dann lass beide mit ihm schrauben! Hat er den Arsch? Ich bin so wie ein abgeräumter Schrein, Jess! Wir haben den Neuer auf dem Weg erschaffen! Nichts kann nicht aus! Nichts kann den Aufstieg stoppen! Ah, Sack ist auf! Mich hat es erwischt! Es ist so ein Schuss. Es ist so ein Schuss. Es ist so ein Schuss. Wir sind auf die Schuss. Wir sind auf die Klasse. Ich bin auf die Klasse. Ich bin auf die Klasse. Wir sind direkt in die Hölle. So bist du nicht zurück und komm vorallem. Was ist Hilfe? Ich bin auf die Klasse. Ich bin auf die Klasse. Verdammt, Jess! Alter, wie soll man den besiegen, ey? Hier bin ich mitten! Wir müssen in meinen Himmel holen! Wir müssen in meinen Himmel holen! Ich bin so stark! So stark! Mein Gott! Wir haben den Rucksack! Ich bin so stark! Ich bin so stark! Ich bin so stark! Ich bin so stark! Komm schon, Jess! Wir müssen ihn erledigen! Ich versuch's ja so! Ich bin so stark! Wir müssen in meinen Himmel holen! Wir müssen in meinen Himmel holen! Wir müssen in meinen Himmel holen! Ja, du Schwein! Jetzt bist du dran! okay anscheinend kann ich diese granate nicht zurückwerfen ja schieß doch mal auf seinen scheißrücken wenn er mich hier anvisiert man ja 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 Na komm! Wir haben nur eingeteiltes Leben ey. 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 Komm schon, Jess! Die Maschine erledigen! Ich versuch's ja so! Wir müssen ihn von Himmel holen! Du bist zu tief! Ich muss Hilfe! Komm schon, Jess! Die Maschine erledigen! Ich versuch's ja so! Das Problem sind die ganzen anderen Gegner ey! Legt mich doch am Arsch ey! Wir müssen ihn von Himmel holen! Wir müssen ihn von Himmel holen! Er fällt, Mann! Haben Sie ihn erwischt? Ich weiß nicht! Sei vorsichtig! Ich bin der Einzige, der die Menschheit vor der Apokalypse grenzt! Ich bin der Einzige! Ich bin der Einzige! Los, 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 los! Ich bin der Einzige! Es war meine Bestimmung, eine neue Welt im Himmel zu erschaffen! Ich bin der Einzige! 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 Das ist mein Schatz! Wie soll ich denn? Die Menschen sind zu然? Das ist mein Schatz! Wir haben keine Chance gegenüber nichts miteinander! Ich bin der Einzige! Man ist das nicht so! nichts kann den aufstieg stoppen alter das schwede dritter anlauf alles richtig rumgemacht von wann ich wen külle und ihre revolution töte lotha schafft ich schreibe mein erstes buch und worüber zwei schwestern abenteuer auf der ganzen welt ist echt verdammt gut wahrscheinlich bin ich tja vielleicht schafft ihr das so oder so noch in diesem leben alter Oh, unsere Mutter hat uns gerettet. Oh, jetzt geht's los. Allein. Nur mit unseren Verbündeten überall auf der Welt. Warte, heißt das etwa... Ihr geht? Solange wir weg sind, übernehmt ihr das Ruder. Das kriegen wir hin. Ja, das können wir. Unsere Mädels kriegen alles hin. Aber klar doch. Oh, yeah. Also, wenn es nicht das Ende war, dann wird auf jeden Fall... Und was jetzt? Joujus und Lothars freuen sich, wenn die Stadt nicht verschonen. Wer werden sie erwarten? Gut. Seid ihr zwei so lange bereit für einen Auftrag? Schieß los! Klaut so viel von Lothars und Joujus Technologie, wie ihr könnt. Wir müssen uns vorbereiten. Und worauf? Ihr wisst schon, die Apokalypse. Hey, alles klar. Wenn sich die Nazis in die Luft schwingen, machen wir das auch. Wir werden diese Schweine auf gar keinen Fall gewinnen lassen. Auf keinen Fall. Es fängt bald an zu regnen, Mädels. Und wir haben denen ja schon mal guten Schaden zugefügt. Damit war's das von Wolfenstein Youngblatt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Haut da rein.